so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die champagne von pyrofactory aus unserem schönen nachbarland österreich ja eine batterie die ich mir bei pulverpyrotechnik bestellt haben warum weiß der geier aber fakt ist wir haben hier wieder eine wunderschöne batterie mit 30 millimeter kaliber und wir haben hier so eine popping flowers crackling batterie keine ahnung warum ich die bestellt habe aber wir werden es ja sehen wie die es ist eigentlich auch relativ teuer schon lange auf dem markt wie ich gesehen habe aber trotzdem schauen wir uns die jetzt mal an wir gehen raus let's go was hast du da ein ganz edler tropfen eine sehr alte batterie ist uns mal aufgefallen also da gibt es videos auf youtube von vor neun jahren ganz krass ich hoffe die wird gut leute die kostet 30 tacken ich habe die so ein bisschen auf blind bestellt und bereit wenn ihr seid ja doch oder ist schön ne bin ich erleuchtet jetzt fest ja ich Bis zum nächsten Mal.